Eines der Argumente, das immer sehr gern ins Feld geführt wird gegen die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, ist ja, dass die Vorratsdatenspeicherung auch keine Verbrechen, insbesondere auch keine Anschläge verhindert. Paris wird jetzt natürlich gerne zitiert in dem Zusammenhang, aber darum geht es auch nicht. Das hat auch niemand behauptet. Was wir allerdings sagen ist, wenn ein Verbrechen passiert ist, spätestens dann können wir natürlich dieses Verbrechen nicht aufklären oder zumindest die Strukturen, die da vielleicht dahinter stecken, werden wir nicht die Kommunikationsdaten der Täter auch auswerten können. Und das können wir nach jetzigem Stand der Dinge nicht. In Paris, in Frankreich kann man das aktuell und deswegen kommt man vielleicht auch auf Hinterleute und wenn man das Ganze weiterspinnt, kann es natürlich sein, wenn man dann auf Hinterleute stößt und auf Strukturen stößt und diese Strukturen auffällt und dann Leute verurteilt, dass man sogar weitere Anschläge verhindert. Und in dem Fall wären dann tatsächlich Anschläge verhindert worden, aber letztlich aufgrund der Maßnahmen, die repressiv getroffen wurden. Das heißt, wir reden hier eigentlich über drei Dinge. Wir reden erstens über die Verpflichtung von Providern, ihre Daten zu speichern, so wie ganz viele andere das auch tun. Zweitens über die Schaffung von Gesetzesgrundlagen, von verfassungskonformen Gesetzesgrundlagen für die Polizeibehörden zum Beispiel, aber auch für Nachrichtendienste, um auf diese Daten zugreifen zu können. Und die dritte und entscheidende Frage ist Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.